Hi, von mir aus dem Schnitt, ganz kurz bevor das Video jetzt richtig losgeht. Ja, ich habe leider bemerken müssen, dass nur die erste Runde Speedrunners flüssig funktioniert hat. Heißt also, die Sachen, die ihr jetzt seht, sind von einer Runde Speedrunners. Ja. Ich hoffe aber trotzdem, dass ihr wenigstens einen kleinen Gefallen an dem Video habt, weil... Ich bring mal wieder was. Ähm, ne, aber ich hoffe, dass ihr trotzdem Gefallen an dem Video habt. Ich habe das Beste draus gemacht, was man machen konnte, meiner Meinung nach. Ja, sorge ich nochmal dafür, in den nächsten Tagen wird auch, wenn alles gut läuft, Among Us kommen mit ein paar Special Guests. Mehr habe ich erstmal nicht zu sagen. Jetzt viel Spaß bei dem Video und, jo, schon mal Daumen nach oben dalassen, sofern es euch gefällt. Und wie ihr vielleicht mal mehr davon machen soll, wenn ich dann meinen PC habe. Viel Spaß beim Video. Jo Leute, was geht ab und willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Matendo. Jo, ich bring mal wieder was. Und zwar spielen wir heute Speedrunners. Ich habe Henry, Nikita und Schäfer an meine Seite geholt. Wir haben keine bestimmte Anzahl an Runden, die wir spielen. Wir zocken einfach ein bisschen drauf los. So, man sieht auch, ich bin schon ein bisschen als OG unterwegs, weil ich jede Map habe. Habt ihr eigentlich auch alle Maps? Nein, hab ich nicht. Ich will ja mal die Villa. Villa ist meine Lieblings-Map, muss man wissen. Also muss man nicht, aber kann man wissen. Nee. Perfekt, meine Lieblings-Map. Warum? Warum kommt der scheiß Zoo? Ich will kein Zoo, du Nuttengeburt, Alter. Schmeckt, Digga. Wir sind im Nutten-Zoo. Hallo, Digga. Erstmal wieder. Ich muss halt echt erstmal wieder in das Game reinkommen. Ich muss echt... Ey, Jungs, Jungs. Ich muss auch erstmal wieder in das Game reinkommen. Was? Sas? Hallo. Ey, Jungs, aber ich habe... Jungs, aber ihr müsst wissen, ich habe es auch lange nicht gespielt, ne? Ja, Digga, du hast es aber so hart gesucht, dass es würde mich nicht wundern, wenn es bei dir schon wie Fahrradfahren lernen ist, dass du das Thema verlehrt kannst, Alter. Hä, keine Ahnung, ich habe Fahrradfahr... Keine Ahnung, ich bin lange nicht mehr Fahrrad gefahren. Keine Ahnung, ob ich das überhaupt noch kann. Bro, du verlerst nicht. Ich verlerne auch nicht, mir die Arme zu brechen. Na, das stimmt. Arme brechen, gar keinen Bock. So. Oh, tschüss, das wird schwer. Okay, wird doch nicht schwer. So, oh, nice. Ey, nein, du, nein, du. Nein, 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 nein. Oh, nice, 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 hat sehr gut funktioniert, hat sehr gut, ist sehr gut aufgegangen, ist sehr gut aufgegangen, nö, verpiss dich, oh mein Gott, wer geht dort, oh mein Gott, ich bin Salem, du Kekko, was ihr mir auf jeden Fall schicken müsst, erzähl ich euch dann, für das Thumbnail ist nämlich was geplant, keine Ahnung, warum ich das jetzt gerade im Video erzähle, aber why not. Nein, darfst du nicht, nein, bin ich, nein, fick meine Ex, oh nein, Nikita, oh mein Gott, Nikita, du Hurensohn, oh mein Gott, ist mir scheißegal, ich mache eh viel zu selten Videos, ich würde eh keine Werbung schalten können, nö, verpiss dich, oh mein Gott, ich bleib an den Kisten hängen, ich bin so ein Lappen, Also Max, nur Franz, du bist vielleicht kein, du bist kein Lappen, du bist nur ein Lauf, man kann nur, du Lauf, oh bitte halt, oh alter, man alter, mein Gott, oh shit, du kannst nämlich nie abschließen, ich bin hier in einem Freundeskreis, wo das ein Meme ist, ich weiß, Oh mein Gott, lol, Schäfer ist hängen geblieben, lol, oh mein Gott, schaffe ich das noch, oh mein Gott, ich schwing mich, oh mein Gott, ich lebe noch, ich lebe noch, holy shit, ich lebe, okay, ich lebe doch nicht, Ich raste aus, Kappa, lol, oh man, oh Nikita, Nikita verspottet einfach ehrenlos, er macht einfach den Ehrenlosen, Nikita, ich hoffe du verlierst, wird er eh nicht, er wird eh gewinnen, Ah, er hat die Grapplingung verkackt, geil, oh lol, tschüss, Digga, not bad, not bad, oh mein Gott, er hat ihn halt trotzdem noch gefickt, obwohl die Grapplingung komplett scheiße war, Lol, oh mein Gott, hat der nicht gemacht, Nikita, ich hasse dich, so Leute, das war's, äh, von dieser Folge Speedrunners, äh, lasst gerne einen Daumen nach oben, dass ihr Fan, das euch gefallen hat, äh, gibt ein Abo, um nichts mehr zu verpassen, aktiviert die Glocke, um die kommenden Videos mit als Erster zu sehen und über die Videos benachrichtigt zu werden, wenn ich dann mal wieder aktiv was hochladen kann. Danke an Henry, Nikita und Shepha fürs Mitmachen, äh, Grüße gehen raus an die Schlingel. Danke fürs dabei sein, äh, natürlich auch beim Rest der Corona Mikro Gang, also auch bei mir, Eiger, bei jedem, bei jedem, schaut bei jedem vorbei. Und, ähm, ja, wie gesagt, danke, dass wir wieder dabei sein durften, hat wieder eine Menge Spaß gemacht, meine Schöne, da wird es ja passieren. Leute, was war's? Habt ihr noch was zu sagen, Shepha und Nikita? Es war sehr platzig, ich will mich umbringen. Nikita, du noch irgendwas zu sagen? Hatte dir einfach viel Spaß gemacht, hoffentlich können wir demnächst auch mal noch ein neues Video machen. Sehr gerne. Ähm, und dann, jo, mir hab ich euch zu sagen. Jo, okay, dann, jo, dann sieht man sich, bis zum nächsten Video. Lass dann bestimmt nicht wieder in zwei Monaten kommen. Bis zum nächsten Mal.